Jo Leute, willkommen hier zur Premiere von Miami, unserer F1 2022 MyTeam Karriere. Wir sind am fünften Run und ja, natürlich die Premiere der neuen Strecke hier mitten in Miami, beziehungsweise ja, sagen wir eher am Rand von Miami, rund um das Hard Rock Stadium. Hier haben wir die Strecke und die macht ordentlich Bock. Habt ihr es euch schon mal gezeigt? Schreibt es gerne in die Kommentare. 19 Kurven, 5,4 Kilometer und 2 DRS-Zonen mit einer mächtigen 1,2 Kilometer langen Geraden, die unserem sehr schwachen Motor halt ordentlich zusetzen werden. Abonniert den Channel, gern kosten, sonst lasst kein Däumchen da oben da. Es geht hier in die erste Kurve, direkt in Scheitel verpasst, im Blitzqualifying. Schaut gerne auf Instagram vorbei, atio-gaming und auch gerne auf itz-tobi auf TikTok. Kommen wieder kleine Clips online und links sind alle unten in der Bio. Los geht's, siebter, neunter Platz, ja, das ist jetzt, der erste Sektor liegt mir nicht zu, der zweite deswegen umso mehr. Zack, hier ein bisschen verloren, man sieht's, da kannst du dich so ordentlich weit raustragen lassen. Die Kurve hat's auch echt in sich. So, la, die ist immerhin besser gelungen, neunter Platz fixiert. Wäre jetzt ziemlich cool, wenn wir den neunten halten könnten. So, hier durchs geschlängelte zweiten Sektor, keine Ahnung, warum ich hier Plätze verloren hab. Ich war immer Full-Speed dran und auch das DRS hab ich jetzt nicht verkackt beim Drücken. 14. Platz wäre das jetzt nur. Ähm, da hoffe ich natürlich, dass wir irgendwie noch Plätze gut machen können. So, la, jetzt geht's in den Mickey Mouse-Sektor, der letzte Sektor, wo ich mir ein paar Crash erwarten werde. Und da komm ich ein bisschen über den Körb, schaff den Scheitel nicht. Das war eine Verwarnung. Ich bin dann aber auch hier viel später, guckte unten, viel spät aufs Gas gegangen. Und da hab ich mir gedacht, da hab ich mir einen unnötigen Vorteil verschafft dadurch. Und ich hab auch hier jetzt mir eigentlich einen negativen Vorteil oder, ja, einen Rückschlag verschafft, weil ich genau vor, oder genau nach der Kurve zu spät aufs Gas gegangen bin, hab ich hier direkt drei Plätze verloren. Aber das war mir dann auch egal in dem Moment. Charlie Klair wird hier von der Pole starten vermutlich. Und die letzten zwei Kurven, hier ist dann der DRS Detection Point und da kannst du schon DRS aktivieren. Das war eine Runde hier aus Miami. Also dann, es wird Zeit. Wir schalten runter zur Strecke für das heutige Rennen. Das war's schon hier. Wir sind mitten in der Einführungsrunde. Und jetzt wird's spannend, Leute. Jetzt wird es spannend. Oh mein Gott. Gott sei Dank ist kein Schaden on in der Einführungsrunde, weil das wäre ein bisschen böse ausgegangen. Nur grün. Ich dachte mir, weniger ist mehr. Jetzt gehen die fünf roten Lichter aus. Und das ist amerikanisches Feeling pur. Los geht's. Lights out hier in Miami. Der ist unser erster Street Circuit. Und wir haben natürlich noch Glück gehabt, weil einer eine Strafe bekommen hat. Ich glaube, es war Lewis Hamilton. Der ist in der Statusstellung ein bisschen weiter nach hinten versetzt worden. Und wir konnten hier durch einen guten Start und ein bisschen, mich hat es zuerst ein bisschen rausgedrückt aus der ersten Kurve. Aber dadurch konnte ich alle außen überholen. Hatte dann irgendwie eine Berührung mit Verstappen. Gucken wir uns nachher in der Replay an. Aber das war hier ordentlich. Wir sind auf dem zweiten Platz. Während die natürlich jetzt das komplette Rennen gesehen nicht halten können. Das ist mir auch klar. Spätestens nach dem Boxenstopp. Oder beziehungsweise die Runde nach dem Boxenstopp. Da wo wir zum Aufwärmen noch viel mehr Zeit brauchen wie die anderen. Ja, spätestens da ist es vorbei. Habt ihr da Tipps, wie man die Reifen schneller aufwärmt? Ich hatte da wirklich ewig, mindestens eine halbe, dreiviertel Runde kalte Reifen. Und das möchte ich echt ändern. Schreibt gerne unbedingt Tipps, Tricks in die Kommentare rein. Ich bin über alles sehr dankbar. Aber jetzt geht es hier in den Mickey Mouse Sektor. Da kommen wir sogar wieder. Oh mein Gott, da kommt das Heck. Aber da kommen wir sogar wieder an Charles Leclerc dran. Das ist schon schön. Schon, 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 muss ich sagen. Natürlich ist es auch wichtig, dass wir hoffentlich die ersten drei Runden dranbleiben können. Kann ich mir jetzt mir nicht vorstellen. Aber die ersten drei Runden wären in dem Fall wichtig, dass wir dann ein bisschen die Rest bekommen von dem guten Leclerc. Glück, aber ich denke mal, wir werden spätestens nach der zweiten Runde abgeschüttelt sein. Der Exit war eigentlich okay hier, aber wir haben trotzdem eine Zehntel verloren hier auf ihn. Und er holt da die schnellste Rennrunde. Und wir sind jetzt schon aus dem DLS-Fenster draußen. Gucken wir uns deswegen Schöneres an. Unseren Start, der war besser wie immer, wie von dem Mercedes. Oder wie von dem einen Mercedes. Und da sind wir rausgekommen. Und für diese kleine Berührung gab es eine Verwarnung. Auch sehr interessant. Echt okay. Ich bin mir da jetzt nicht ganz sicher, ob das verwarnungswürdig ist. Aber ja. Wir sind in der dritten Runde. Die RS wäre jetzt on. Ja, für die Leute hinter mir ist es auf jeden Fall on. Da haben gleich zwei Fahrer auf mich DLS. Aber ja, ich bekomme da bei Gott kein DLS mehr. Wir sind 2,4 Sekunden von Leclerc weg. Und das wird sich auch nicht ändern. Die Reifen sind jetzt schon gefühlt durch. Und ja, wir sind nicht mal noch bei einem Drittel vom Rennen. Das ist natürlich blöd. Und ja, ich habe mir natürlich nichts anderes erwartet. Bei so einer langen Graden, wo es wirklich auch DRS noch gibt, kann ich mir auch nichts anderes vorstellen. Direkt mal gecheckt, ob der Flügel eh nicht tot ist. Wir sind da einmal kurz gegen die Mauer gerutscht. Oder an die Mauer dran gerutscht. Und da muss ich gleich mal nachfragen. So, wir werden jetzt noch nicht in die Box abbiegen. Aber ich ziehe jetzt das schon in Betracht, weil wir ordentlich an Pace verloren haben. Der Grip lässt nach. Unser Auto frisst hier anscheinend mehr Reifen wie die anderen. Das ist nicht gut. Wir rutschen auch hier wieder in der ersten Kurve weg. Der Grip fehlt komplett. Also generell. Wir müssen da natürlich noch ein bisschen upgraden. Aber auch generell. Ich habe so am Setup herum gewerkelt. Aber es fehlt einfach der Grip. Der war auch im ganzen Wochenende im Qualifying. War er nicht da. Jetzt gehen wir in die Box rein. Nachdem wir fast wieder von Verstappen überholt worden sind. Gehen wir einfach mal rein. Gucken mal, was heute so geht. Hoffentlich macht die Box heute ihren Job richtig. Gucken wir mal. Und hier lila immerhin. So, die Standzeit ist. Ja, wieder 4,4 Sekunden. Weil die Scheißbox hier das zweite Mal in Folge verkackt. Ich weiß nicht genau, was sich die Box gedacht hat. Aber, man, ihr hattet nur einen Job. Einmal am Tag. Oder sagen wir mal zweimal an diesem Renntag. Kommt ein Fahrer rein. Und ihr schafft es nicht, diese Scheißreifen richtig drauf zu geben. Was ist die Antwort? Hinten links. Was denn sonst, man? Hinten links wird gefeuert. Aber so safe. Nein. Ich meine, das ist so ärgerlich. Gucken wir mal, wo wir hinfallen. So weit nach hinten. Weil einfach nur die Box ihren Job nicht macht. 2,2 Sekunden haben wir da verloren. Sogar hinter Alonso. Ich glaube, der ist im Nevada gestartet. Auf dem 8., 9. Platz. 12., 10., keine Ahnung. Aber wir fallen so weit zurück, weil sich hier die Box einfach wieder mal einen Fehler erlaubt hat. Ich meine, wie gesagt, auch schon letztes Mal, Fehler sind menschlich. Aber zweimal hintereinander, das ist mühsam. Verstappen, meilenweit. Das sind genau die 2,2 Sekunden, ja, ich meine, Dommalpi, die wir hier für Verstappen verloren haben. Das ist ärgerlich. Sehr, sehr, sehr ärgerlich. Wenn ich auch denke, ich meine, das waren nur 2,4 Sekunden. Also wir hätten da locker mit Verstappen fighten können. Die ES-Fenster wäre drin gewesen. Und jetzt müssen wir uns hier mit Alonso rumschlagen, der natürlich auch ein guter Fahrer ist. Aber, ja, wie gesagt, wir sind in der sechsten Runde. Mittlerweile war, ähm, ja, ein Großteil noch nicht der Spitze in der Box. Und wir rutschen hier, äh, und das war mir auch schon klar mit dem Rutsche, weil ich da immer den Körper zu fett drüber gefahren bin, war mir auch klar, dass Alonso hier attackieren wird. Und das wird er auf jeden Fall mit die RS, kann eigentlich sogar in Williams uns angreifen. Oder, ja, ich meine, ich sage, wir werden hier einmal lupfen. Ich weiß natürlich, das ist eine Linkskurve. Und links werden wir, uh, da verbremst sich Alonso und ich verbremse mich auch hier. Aber Alonso, sein Reifen geht hier mit, ähm, ja, mit einem Rauch. Gucken wir uns das Ganze hier mal an. Ja, und das finde ich auch cool. Man sieht hier ein paar, äh, Szenen. Wir haben uns hier dran gerobbt und dann hier schlussendlich dann das Finale Überholmanöver. Wo Alonso ordentlich drauf gehalten hat, muss man sagen. Wir sind natürlich auch, wie zu erwarten, hinter Jacob Perez zurückgefallen. Er war Gott sei Dank hier, äh, wir sind zwei Sekunden oder so hinter Perez zurückgefallen. Und der wurde hier ein bisschen von Latifi aufgehalten. Das ist natürlich, er probiert es euch hier wie ein Psychopath. Einmal links, einmal rechts. Man, man kann hier einfach nicht überholen, Bro. Aber er probiert es. Das ist natürlich cool für uns, weil jeder Versuch kostet unnormal viel Zeit. Und so haben wir es auch ins TRS-Fenster geschafft, aber auch Alonso ist hinter uns dran. Das dürfen wir nicht vergessen, das sind nur vier Zehntel. Und jetzt im Windschatten könnten wir gleich einen Doppelschlag machen. Äh, im Windschatten hier dranrauben. Dran, 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 dran. Einmal rechts, Antäusch, okay, Antäusch brauchen wir nicht. Zack, er sticht hier raus und wir stechen hier rein. Ganz, ganz spät gebremst. Aber man kann hier nicht zurückstechen. Wir haben hier zwei Leute auf einmal überholt. Und leider ist Perez auch an Latifi vorbeigegangen. Sonst wäre das natürlich der perfekte Coup gewesen. Vor uns sitzt Alexander Albon, der wird sowieso in die Box abbiegen. Und dann sind wir auf dem Blatt, äh, theoretisch dritter Platz. Und das sind wir nicht mehr, weil jetzt, ähm, nein, wir waren auf dem Blatt anscheinend vierter Platz. Sala, aber wir müssen uns hier gegen den, ah, zu Noda, natürlich. Auf dem Blatt waren wir dritter Platz, weil Yuki noch nicht gestoppt hat. Und natürlich, doch, Yuki hat nicht gestoppt. Und Jacob Perez hier versucht natürlich alles, der wittert das Podium. Wir als Newcomer-Team haben natürlich die Pace nicht, um den, äh, das ganze Rennen hinten zu halten. Wir haben zwar Glück, ihn so überholen zu können, aber es wird gleich zum Dreierkampf wieder. Auch Carlos Sainz Jr. wird hinter uns, ähm, ja, bald, ja, natürlich, Dearest kann er jetzt schon drücken. Auf uns und auch auf Perez, ähm, es wird Hardcore. Es wird so Hardcore, die letzten vier Runden, dieses, äh, Ergebnis ins Ziel zu fahren. Oder verlieren wir beide Plätze noch? Ich bin sehr gespannt. Ich hoffe natürlich, dass wir das ins Ziel retten können. Ich denke natürlich, dass wir einen Platz abgeben werden müssen. Wir werden kämpfen. Fight like a lion, fighting like a lion. Ähm, so wie Alonso das Ocon angeschafft hat. Aber natürlich, ähm, wir müssen natürlich auch im Rahmen der Möglichkeiten bleiben. Und vor allem natürlich auch im Rahmen der Regeln. Sonst ist es natürlich auch unfair. Gucken wir uns hier dieses geile, ähm, Manöver an. Auch Alonso hier hinten dran. Ich glaube, wenn sich da einer verbremst hätte, der beiden Hund, guck dir das an. Wir gehen da zwar ein bisschen weit, aber das ist, ich habe auch im Rennen gesehen, das war auch Standardlinie, wenn man jemanden überholt hat, dass man hier einfach ein bisschen weitergegangen ist. Das ist ja direkt eine Rechtskurve. Man kann außen nicht überholen. Und so sind eigentlich die Gegner gefangen. So, dann. Checker Paris jetzt wieder hinter uns. Ohne, na doch, das ist ja die DS-Sonne. Und da verbremse ich mich leicht. Aber, wie gesagt, in der Kurve nicht so schlimm. Also wirklich. Es ist natürlich dumm, weil ich wieder 1,2 Zähne verloren habe. Aber es ist jetzt nicht, ähm, ja, lebensnotwendig, hier perfekt reinzukommen. So, der Exit ist lebensnotwendig. Generell notwendig, um vorne zu bleiben. Wir sind in der letzten Runde. Es ist der letzte Versuch für Paris, der eigentlich die kompletten Runden lang hinten war. Nur durch diesen Fehler von mir wieder dran gekommen ist. Und so ist es leider. Ja, ein Fehler kann manchmal alles ändern. Und da sticht auch noch seins rein, dieser Psychopath. Natürlich habe ich, Idiot, da ein bisschen zu spät abgedeckt. Machen wir hier natürlich nochmal Hoffnungen. Aber beim Rostbeschleunigen sind meine Reifen, die 2, 3 Runden älter sind, einfach zu abgelutscht. Letzter Versuch hier von Paris. Und der hat geglückt. Er stiehlt uns hier das Podium noch auf der Ziellinie gefüllt. Das ist natürlich echt schade. Ich meine, der dritte Platz hätte einiges für uns gebracht. Und eigentlich nichts für ihn. Ja, das tue mir leid, das wollte ich hier nicht. Das war ein bisschen zu aggro. Ich war da auch mit dem Nerf am Ende. Ich meine, du fährst ein ganzes Rennen auf den dritten Platz. Und das wird dir dann gefühlt einen Meter vor der Ziellinie kaputt gemacht. Aber dennoch, ein starker vierter Platz. Das sind wieder, ja, 15, nein, 12 Punkte, die wir mitnehmen. Das ist ganz stark Fahrer des Tages. Freue ich mich natürlich darüber. Gibt keinen Punkt. In anderen Serien gibt es einen Punkt dafür. Aber hier wäre es natürlich unfair, weil da würden Millionen von Leuten einfach für das Dappen voten. Oder halt gerade für den, den sie den WM-Titel mehr gönnen. Ich denke mal, das wäre eine Überlegung wert, wenn man nur einmal von einem Netzwerk aus voten dürfte. Mit E-Mail und so. Aber solange man eigentlich, ja, keine Ahnung, gefühlt mit jedem Gerät ins Internet gehen kann und uns da voten kann, denke ich mal, ist das noch keine, ist das noch keine, ja, ich sehe da keine Chance, dass man das in Betracht ziehen sollte. Aber, wie gesagt, man muss sich da was einfallen lassen. Es gibt den Fan-Boost zum Beispiel in der Formulier. Und, ja, Leclerc wieder ganz oben. Der wird Weltmeister, wenn der so weitermacht. Der hat bis jetzt jedes Rennen gewonnen. Und es ist auch hier das fünfte Rennen in Folge, in dem es kein Safety-Car gab. Leute, ich habe noch nie ein Safety-Car gefahren. Ich bin noch nie mit einem Safety-Car gefahren. Weder in der Karriere, ich fahre eine private Karriere mit meinem Bruder, online eine Karriere. Noch nie. Weder da, noch da, noch da gab es ein Safety-Car. Wir haben wieder das Safety-Car-Mystery. Wie auch schon im letzten Jahr, gab es auch dieses Mal nie einen Safety-Car. Leider. Ich hoffe natürlich, dass das wieder mal gepatcht wird. Oder, dass das wieder mal verbessert wird. Dass man auch Safety-Car reinbringt. Aber, ja, das ist ein solider vierter Platz. Und, ja, das ist auch wichtig für die Weltmeisterschaft. Da können wir weiter vorne in den, ja, vorderen Top 10 mitkämpfen. Wir holen noch ein wenig hier auf Liam Lawson auf. Und ich glaube, bei 10% gibt es auch den ersten, äh, den zweiten Sponsor. Und ich, Idiot, habe wieder mal eine Verwarnung bekommen. Das heißt, es gibt wieder keinen Bonus drauf. Das ist natürlich sehr dumm gelaufen. Und 10k Schaden für einen Flügel-Schaden, den ich nicht mal gemerkt habe, ist auch wieder drin. Ja, ein großes Minus für das ganze Wochenende. Aber am Ende des Jahres wird sich auch dieser vierte Platz hoffentlich auszahlen. Hier noch einmal ein bisschen Termine und so weiter. Auf ganz Effizienzbasis ausgebaut. Und ich habe mir gedacht, hier mal wieder was zu kaufen. Und, ja, ich werde das Boxen-Center ausbauen. Und ich hoffe natürlich, dass man dadurch ein bisschen, ähm, ja, Boxen-Crew ein bisschen ausbauen, dass die ein bisschen üben können. Ich hoffe natürlich, dass sich das Ganze irgendwann auszahlen wird. Ähm, ja, wir sollten auch unbedingt an unseren, ähm, ja, an unseren Grip arbeiten. Aber das werden wir alles in den nächsten Rennen sehen. Nächstes Mal ist Spanien dran. Schaut gerne auf TikTok auf Itz-Tobi und auch gerne auf Instagram vorbei. Links mal unten in der Bio. Vielen, vielen Dank fürs Zugucken und abonniert den Channel gern kostenlos. Lasst gerne ein Däumchen rum da. Wir sehen uns hoffentlich morgen oder später. Birelli Hotlab oder auf TikTok und später. Bis dahin und ciao. Bis dahin und ciao. Bis dahin und ciao. Bis dahin. Untertitelung des ZDF, 2020